Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, dass ich aus einem erlauchten Kreise reden kann. Ich hoffe, ich werde kurzweilig reden, weil ich schon etwas länger als eine Viertelstunde reden muss. Mir wurde eingeräumt eine halbe Stunde und ich hoffe, dass wir dann auch noch Zeit haben für Diskussion. Zu meiner Vorstellung gehört noch Folgendes. Ich bin ein Ehrenmitglied im Verein für offene Aussprache. Das heißt, ich werde sehr direkt und sehr politisch inkorrekt reden, was sich die Banker nicht immer leisten können. Ich kann es mir leisten und ich werde das auch tun, auch vielleicht in der Diskussion. Herr Götting, wie das so ist, die Menschen haben unterschiedliche Sichten der Dinge und das mit der Politik und Börsen kann man so sehen, wie Sie das sehen. Ich sehe das zum Teil auch so, aber doch etwas differenzierter. Wenn wir einer Meinung wären, müsste ich eigentlich gar nicht auftreten. Also von daher macht das schon Sinn. Brexit tritt bei mir, schätze ich, dreimal vor. Und das nur so, weil die Aktualität verlangt das. Für mich ist Brexit austauschbar mit der Griechenland-Krise oder Krim-Besetzung. Also mit den Elementen der politischen Unruhe. Aber gut, Brexit kommt vor. Aber zunächst einmal kommt Belgien vor. 2013 war Belgien zweieinhalb Jahre ohne Regierung. Es gab keine Regierung mit Ministern. Es funktionierte alles wie gehabt. Das Land wurde nicht besetzt. Leute sind zur Arbeit gegangen, die Industrie hat produziert, Krankenhäuser funktionierten. Keiner hat Politik vermisst. Es sollte unseren Politikern auch durchaus im Ohren klingen. Was hat das mit meinem Thema zu tun? Klar, die Bedeutung der Politik ist aus meiner Sicht abgeleitet. Sie ist nicht dominant und ich halte das für falsch, dass es nicht dominant ist. Aber die Realität ist so, dass die Politik eher abgeleitet ist. Das heisst, werden die Börsen politisch? Die Antwort lautet also zunächst einmal, wir werden ein bisschen oszillieren, aber zunächst einmal lautet die Antwort Nein. Nein, sie waren es einmal, als Baron Rothschild Aktien kaufte, als die Kanonen donnerten. Damals waren die Börsen politisch. Es macht auch heute noch Sinn, Gazprom-Aktien zu kaufen, wenn die Krim gerade besetzt wird und das erste Mal Brexit, Pfund zu kaufen, wenn es zu Brexit kommt. Aber für meine Begriffe sind es eher Ausnahmesituationen. Deutlich mehr als politische Entscheidungen beeinflussen die Börse Aktivitäten, große Adressen. Viele sitzen auch sicherlich hier. Ihre Operationen beeinflussen die Börsen. Und sie werden dann von der schnelllebigen journalistischen Elite häufig untermauert durch eine Story mit einer Erklärung, die vermeintlich auch eine politische Logik in die Aktivitäten an der Börse einbringt. Ich vermute, das ist er aufgesetzt und führe dazu eine schöne Geschichte von einem deutschen Psychologen, Klaus Konrad, der redete vom Zwang, Muster zu erkennen in den Prozessen und prägte dafür den Begriff Apophenie, also fast eine Art pathogene Neigung, überall Reime zu suchen, Kausalitäten zu suchen, auch dort, wo sie entweder gar nicht sind oder wo man sie nicht erkennen kann. Beide Fälle kommen vor. Das Zitat über Baron Rothschild geht noch weiter, also kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen erklingen. Es ist aber ganz seltsam, dass bei den seltenen politischen Erfolgsmeldungen fast nie auch entsprechenden Aufschwung auf der Börse es gibt. Das kommt daher, schätze ich, weil die Börsen und die Wirtschaft seltenst von der Politik überrascht wird, bis auch so Fälle wie Fukushima und Energiewende. Da waren die Konstellationen doch ziemlich hektisch gewesen und wir leiden bis heute darunter. Ein Grund, warum die Politik eher berechenbar ist und im Prinzip langweilig, besteht darin, dass wir kaum Politiker haben vom Format eines Bismarck. Ich würde eher sagen, häufig sind es eher buchhalterische Gestalten, Böse Zungen sagen, Anzüge ohne Inhalt. Der zweite Grund, weil die Handlungen der Politik vorhersehbar sind. Das ist schon sehr viel interessanter als diese impertinente Formulierung von mir von vorhin. Diese Berechenbarkeit der Politik, der kommt ja noch näher später im Laufe meines Vortrags. Und drittens schließlich, weil es wirklich selten umwälzende politische Ereignisse gibt, wie eben Nummer zwei, Brexit. Wirklich überraschende Ereignisse produziert Politik eher beiläufig, also zufällig, als Betriebsunfälle. Das war, glaube ich, die Energiewende gewesen, beispielsweise. Werden die Börsen politisch, Börsen werden nicht in dem Sinne politisch, dass man dort politische Entscheidungen eins zu eins in Aktiengeschäften abbildet oder dass die Börsen entlang politischer Prozesse laufen. Ich behaupte vielmehr, dass die Börsen deshalb nicht politisch sind und auch nicht werden können, weil die Politik weitgehend ökonomisiert ist. Und das ist diese Kausalität, mein Punkt zwei. Hebel hat die Wirtschaft in der Hand. Politik ist nicht die wirklich entscheidende Kraft. Bis auf Ausnahmen, und das ist Nummer drei, Brexit. Wenn die Bevölkerung Gelegenheit bekommt, eigene Meinung, und zwar schwergewichtig, mit einer Entscheidung, die befolgt werden muss, zum Ausdruck zu bringen. Oder beispielsweise das, was vor ein paar Wochen die Niederländer mit der Ablehnung der Assoziierungsverträge mit der Ukraine gemacht haben. In solchen Fällen wird die Politik wirklich einflussreich, weil sie nicht aus den Händen der Politiker kommt. Sie kommt mitten aus der Gesellschaft. Politiker sind weitestgehend domestiziert. Die Bevölkerung hat ihre Interessen. In der Mehrheitsentscheidung kommen dann die Bewegungen, die Stimmungen, die Diktion des Lebens der normalen, der durchschnittlichen Menschen zum Ausdruck. Und das ist äußerst politisch. Und es ist ein schlechtes Zeichen, dass die Politik dies nicht eigentlich tagtäglich berücksichtigt. Das, was sich in ihrer eigenen Gesellschaft abspielt, sondern sich weitgehend abgekoppelt hat. Und wenn es eine deutliche Kausalität, die sicherlich nicht alles erklärt, aber sehr viel erklärt gibt, dann ist es die Kausalität, dass die Politik weitgehend ökonomisiert ist. Diese Entwicklung fing an, unmittelbar mit dem Ende des Kalten Krieges, wo statt globaler Demokratisierung es zu einem globalen Siegeszug der Marktwirtschaft kam. Nur ein Schub, ich kritisiere eigentlich gar nichts, ich beschreibe nur. Das heißt, wenn etwas negativ klingen sollte, dann ist es selten der Fall. Meistens ist es einfach nur eine etwas zugespitzte Beschreibung der Wirklichkeit. Auf den ersten Blick siegt die Ökonomisierung der Politik aus einer sehr vernünftigen Angelegenheit. Weltweit geht es doch darum, Investoren anzuwerben und Wohlstand stellt offensichtlich für die absolute Mehrheit der Menschen das einzige oder zumindest das zentrale Lebensziel dar. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass auch der eigentliche Inhalt des politischen Denkens ökonomisiert wurde. Das bedeutet, lediglich das, was man zählen kann, was auch einen Marktpreis hat, ist wesentlich, es wird von der Politik wahrgenommen. Staatskunst deckt sich fast identisch, fast hundertprozentig mit der Unternehmensführung. Also in der Diktion der Vorstellung über Liberalisierung, Privatisierung und anderen Ideen, die seit den 70er Jahren eine Rolle spielen in der Ökonomie und zunehmend bis heute auch in der Staatskunst, also in der Wirtschaft, ist dies zu sehen. Das heißt, Hauptinstrument der Politik ist auch das, was häufig eine der Hauptinstrumente der wirtschaftlichen oder unternehmerischen Führung ist, nämlich Arbeitsproduktivität. Sparen als Instrument des Handelns, die Politik ist allerdings für die ganze Gesellschaft verantwortlich und die ganze Gesellschaft ist nicht ein Unternehmen, wie wichtig das auch ist, wirtschaftlich die Gesellschaft zu betrachten. Es gibt eben in der Gesellschaft Elemente und Sphären, die sehr bedeutsam sind, aber die man nicht zählen kann oder nicht zählen darf. Denn in dem Moment, wo man rechnerisch an Kultur geht oder an Wissenschaft geht, dann wird es schwierig, weil es zwischen Input und Output Differenzen gibt, weil man sich dann fragt, was bringt uns das und steuernweise sind diese Fragen nicht angebracht. Also, ekonomisiert wird der ganze politische Ansatz, die ganze politische Denkweise. Daraus ergibt sich fast zwangshäufig, dass die Politik auch als Modell des Regierens so etwas wie ein Pandan der Economy of Scale, ich nenne das Policy of Scale, benutzt und das ist die Tendenz zur Favorisierung oder zum Sich-Verlassen auf supranationale Struktur, supranationale Organisationen und wir reden, ich nehme das Wort Brexit nicht mehr in den Mund, aber wir reden über die Europäische Union, wir reden über ein Scheitern einer supranationalen Organisation als ein Beispiel dafür, dass wir Menschen zwar sehr wohl in der Lage sind, große Strukturen zu schaffen, aber nicht in der Lage sind, sie zu beherrschen. Das heißt, wirklich effektiv zu nutzen, sie beherrschen uns bzw. induzieren falsche, ich würde sagen dumme Entscheidungen aus ihrer Größe heraus, aus der Größe, die für uns Menschen nicht beherrschbar ist. Ich kann das gerne vertiefen, wenn Interesse daran besteht, aber ich glaube, im gewissen Sinne ist es selbstredend, wenn man sich Herrn Juncker oder andere vorstellt und sich fragt, mit welchem strategischen Ansatz und mit welchen Tools sie an die Lenkung der Europäischen Kommission herangehen und wie erfolgreich sind sie dabei. Deshalb ist es also zu kurz gedacht, ökonomisch und politisch die Krisen nur als die klassischen konjunkturellen Aufs und Abs zu betrachten. Wenn Sie mit mir konform gehen, dann würden Sie vielleicht zustimmen, dass wir etwa seit Jahrtausendwende eine mehr oder weniger unentbrochene Kette von Krisen beobachten können, von der Internetkrise bis in die heutige Zeit. Und sie sind immer eine bunte Mischung dieser beiden Elemente, politische Macht und ökonomische Koordinaten. Und im Zusammenhang damit, was ich vorhin sagte, wir schaffen Größe, aber schaffen es nicht, die Größe zu lenken. Aus dieser These ergibt sich dann für mich, dass die Krisen, die wir erleben, spontane Vereinfachungen viel zu komplexer Strukturen sind. Das klingt abstrakt, aber ist ziemlich konkret, wenn wir uns zum Beispiel die Europäische Union anschauen oder wenn wir uns die Machtlosigkeit der Vereinten Nationen anschauen und so weiter und so fort, dann wissen Sie, was ich meine. Diese großen Organisationen sind nicht in der Lage, das, was man als Krise beschreibt, zu steuern. Und die Krisen lösen sich selbst, indem sie sich auflösen, indem sie sich praktisch zu einer Vereinfachung führen. Und eine solche Vereinfachung könnte auch eben eine, ich nehme an, baldige Vereinfachung der Eurozone, im Sinne, den man sich vorstellen kann, und eine mögliche, ich würde auch sagen, eine relativ wahrscheinliche Vereinfachung der Europäischen Union. Das heißt, in beiden Fällen Reduktion auf das, was tragfähig ist, was funktionsfähig ist, was beherrschbar ist. Aus Wrestling, diesem schönen Sport, stammt das englische Wort Kayfaby. Es bedeutet Simulation des Kampfes. Wrestler täuschen Kämpfe vor und in Wirklichkeit werden die unerwarteten Wendungen in diesem scheinbaren Kampf, in diesen Schattenboxen natürlich ausgeklammert. Kayfaby bedeutet dem Publikum auf zuverlässige Art und Weise, fesselndes Produkt zu liefern, wobei eben das Unvorher-sagbare oder Unvorsehbare ausgeklammert wird oder von vornherein entfernt wird. Und das passt sehr gut zur heutigen Politik. Also kein Wunder, dass die Börsen nicht politisch sind und auf Politik nur, wenn überhaupt, eher gelangweilt und sehr kurzfristig reagieren. Die Politik vermag halbsätzige, symbolische und konsequente Prozesse darzustellen, als eben eine Vorstellung für die Gesellschaft und die Ergebnisse sehen danach aus. Beispiele muss man nicht, aber eins will ich schon nennen. In diesem Sinne ist es beispielsweise die westliche Politik der Ukraine gegenüber oder im ukrainischen Konflikt. Daran kann man sehen, dass der Westen weder die Kraft hat, richtige Entscheidungen zu treffen, noch auch die falschen konsequent umzusetzen. Ein klassisches Beispiel sind die Sanktionen, die man nicht umsetzt, so wie es eigentlich, wenn überhaupt Sanktionen das Mittel wären, gemacht werden müsste, weil die Sanktionen denn die eigene Wirtschaft gleichermaßen und vielleicht noch mehr als die russische Wirtschaft schädigen. Vor einiger Zeit antwortete der österreichische Außenminister, übrigens ganz interessanter Mann, wenn es Ihnen schon noch nicht aufgefallen ist, Sebastian Kurz, sehr jung und sehr clever. Diese Frage hat er allerdings etwas seltsam, wenn auch bezeichnet, beantwortet. Ein Reporter fragte ihn, ob man als Europäer das nicht hinsichtlich der Annäherung an die Ukraine nicht hat etwas zu stark übertrieben hat und er sagte, ja damals konnte niemand wissen, wie der Prozess ausgehen würde. Und ich glaube schon, man konnte das wissen, wie der Prozess ausgehen würde, aber man konnte das nicht wissen wollen, weil die politischen Gegebenheiten innerhalb der politischen Zirkel in Europa so waren, dass sie eine Annäherung an die Ukraine, koste es was es wolle, favorisiert haben. Wir können durchaus auch darüber reden, wenn es Ihnen danach ist. Für die Politik, die ich als eine symbolisch-rhetorische beschreiben würde, also etwas ganz anderes als die großen Staatsmänner wie Teheran oder von Bismarck in ihrer Zeit gemacht haben, wirklich machtpolitisch untermauerte Schritte zu tun, diese Politik, die ich als symbolisch und rhetorisch beschreiben würde, ist eine Politik, die sich mit Signalen geben, das ist ein Lieblingswort auch unserer Kanzlerin, aber auch der Presse. Wir haben starkes Signal gegeben, wofür auch immer. Immer passt das irgendwie. Und dann gibt es noch ein sehr schönes Wort, nämlich strategische Partnerschaften zu schliessen, auch hier, mit wem auch immer. Das klingt sehr vertrauenswürdig, das klingt weitsichtig, strategische Partnerschaft, das klingt also durchdacht, ist es aber nicht, weil man vor einigen Monaten noch eine strategische Partnerschaft mit Russland hatte. War Russland damals ein anderes politisches System als heute? Natürlich nicht. Wusste man das nicht? Natürlich wusste man das. Aber die Politik ergibt sich in dieser rhetorisch-symbolischen Diktion. Und die Folgen sind dann eben die, dass man heute, und das ist dann eine durchaus ernsthafte Nebenbemerkung, Sie sprachen von der angespannten Situation. Also das, was ich wirklich als angespannt ansehe, sind die sich tendenziell verschlechternden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Das ist, wir befinden uns auf einer Eskalationsleiter, von der Hermann Kahn seinerzeit brillant geschrieben hatte. Wir befinden uns auf einer Eskalationsleiter mit Russland. Man kann auf fast jede Stufe die Eskalation bremsen oder stoppen, aber bisher sehe ich keine Anzeichen dafür. Da mir die Zeit wegläuft, verkürze ich ein bisschen. Und ich habe noch einen Punkt. Es verfloss eine ziemlich lange Zeit seit dem Jahre 1983, als ein brillanter amerikanischer Ökonom, Theodor Luit, seinen Artikel geschrieben und veröffentlicht hatte, der eigentlich die Ära der Globalisierung entfaltet hatte, theoretisch untermauert hatte, wo er von Zeitalter globalen Märkten mit standardisierten Konsumgütern redet, sie vorher sagt, den Unternehmen redet, das sind die Ertragsquellen der Zukunft und damit eben den Begriff Globalisierung von der flachen journalistischen Beschreibung zu einem wirklich tragfähigen und zumindest plausiblen Konzept gemacht hatte. 1983, inzwischen würde ich schon sagen, dass wir langsam den Grenznutzen der Globalisierung erkennen. Ich kann mich gut daran erinnern, wo Veranstaltungen dieser Art begeistert über Emerging Markets gesprochen wurden. Sie sinken, sie sinken jetzt. Also von Emerging ist nicht viel die Rede. BRICS als die Machtzentrale der Welt seinerzeit apostrophiert. Brasilien, Russland, Indien, China sind mehr oder weniger, mit, ich möchte es schon sagen, aber ich weiß nicht, ob das nicht so verniedlichend ist, das sind Länder, die mit großen Kinderkrankheiten ihre Entwicklung zu kämpfen haben und die uns offensichtlich nicht besonders hilfreich sein werden, wenn es darum geht, Wachstum zu generieren. Und Wachstum als ein polit-ökonomisches Phänomen, so ist es nämlich, sollte mein letztes Thema sein in unseren Überlegungen. Wenn Sie sich das vor Augen halten, womit die politischen Eliten der wichtigsten Länder der Welt heute zumindest in dieser symbolischen Dimension kämpfen und sich beschäftigen, dann geht es um Ressourcenverschwendung, da geht es um Klimaveränderung und es sind Elemente, die den Stand des Wissens der 70er Jahre der Studien von Club of Rome widerspiegeln. Grenzen des Wachstums, so eingegrenzt, knappe Ressourcen und Umweltschäden und keiner fragt, was machen wir, oder ganz wenige Fragen, was machen wir, wenn es vielleicht wenig oder kein Wachstum auf längere Zeit geben wird. Ich störe diese Frage nicht konjunkturalistisch erst jetzt, aber wer das nachlesen will, kann es bei mir schon vor längerer Zeit nachlesen, dass ich dies als ein Element der Komplexität unserer Welt ansehe. ein Element, das die Politik nicht so richtig wahrnimmt, denn hier in der Nachbarschaft störe ich mir Herrn Draghi in der Nacht im Keller der Europäischen Zentralbank vor, wie er da also Geld druckt, schönes Bild, aber er kann das natürlich anders machen bzw. machen lassen und überflutet damit die Märkte. Das ist interessant für Investoren, aber die Investoren wissen auch, irgendwann mal wird das aufhören, aufhören müssen. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, Herr Draghi und andere, Frau Yellen ist da fest an seiner Seite, wollen auf diese Art und Weise Wachstum generieren. Lali Summers möchte Bargeld abschaffen, damit man die Menschen mit Minuszinsen zum Konsum zwingt und so Wachstum ankurbelt und es will nicht so richtig von der Stelle. Und da frage ich mich, das wäre eine urpolitische Aufgabe, eine Politik, die wirklich machtvoll eingreift, die die Gesellschaft als Ganzes steuert, die nicht nur eine Funktion des, wie auch immer wichtigen, ökonomischen Interesses ist. Warum beschäftigt sich die Politik nicht damit, die Gesellschaften eventuell darauf vorzubereiten, dass es auf längere Zeit kein Wachstum gibt oder auf die Tatsache und Botschaft vorzubereiten, dass wir möglicherweise eine saturierte Gesellschaft sind, wir die westlichen Gesellschaften mit kleinen Unterschieden, dass wir auf jeden Fall in einer Ära der Überproduktion leben, also Knappheit als Thema des Wirtschaftens, das war früher. Wir sind so erfolgreich, dass wir heute dieses Thema weitestgehend gelöst haben, ich sage weitestgehend. Und was macht die Politik? Politik versucht immer noch Wachstum anzukurbeln, offensichtlich längere Zeit, ohne Erfolg. Und die Angst, die Sie sicherlich und ich auch haben, ist, was passiert dann, wenn man diese Bestrebungen einstellt. Wir haben schon ein paar Proben erlebt, wie sensibel die Märkte reagieren, wenn also die Politik von einer supranationalen ökonomischen Institution, Sie erinnern sich an meine Worte, die Tendenz zur Policy of Scale, supranationale politisch-ökonomische Institution, Europäische Zentralbank, die letzten Endes Politik simuliert. Denn wenn wir sagen, zu Recht, Herr Draghi möchte für Griechenland und Mediterranee und Club Mediterranee Zeit kaufen, dann heißt es faktisch, Herr Draghi und mit ihm alle, die das verstehen und mitmachen, sind bereit, die nicht funktionierenden politischen Prozesse und Strukturen in den fraglichen Krisenländern zu simulieren. Und dass die Politik im mediterranen Bereich nicht funktioniert, nicht ihre Aufgaben erfüllt, nämlich wirklich zu gestalten, aus welchem Grund auch immer, führt dann dazu, was wir heute in der Eurozone, letzten Endes auch in der EU haben und die supranationale Organisation, nämlich die Europäische Zentralbank, kompensiert das dadurch, dass man Geld druckt und Zeit kauft und irgendwann mal wird das, muss es aufhören. Und der Zeitpunkt, glaube ich, liegt ziemlich nahe. Also ich fasse zusammen, werden die Börsen politisch? Meine Antwort lautet, nein, sie waren es einmal, als es Baron Rothschild gab. Börsen sind nicht in dem Sinne politisch, dass sie politische Entscheidungen eins zu eins abbilden. Der Grund dafür besteht darin, dass die heutige Politik eher langweilig und berechenbar ist. Zugespitzt formuliert, die heutige Politik gestaltet nicht, sondern lässt sich treiben oder ist abgeleitet von den ökonomischen Notwendigkeiten. Einige sind wirklich notwendig, einige sind vermeintlich. Also kein Wunder, dass Börsen nicht politisch sind. Der stärkste, der wichtigste Teil der Welt, der Westen nämlich, hat keine Kraft, um andere Politik zu betreiben, als eine symbolische, rhetorische und inkonsequente. Ökonomie programmiert die politischen Entscheidungen weitgehend vor und nochmal der politische Inhalt, das Gestalterische im Interesse der ganzen Gesellschaft, geht zurück. Dies und noch ein letzter Satz, ein neuer Gedanke, der Ihnen überhaupt nicht neu vorkommt, dies gefährdet auf lange Sicht auch die Politik selbst und auch die Wirtschaft selbst, weil es letzten Endes das Feld bereitet für die Parteien, die wir uns angewöhnt haben, populistisch zu nennen. Die Parteien, die eben diese Aufwallung der Grassroots-Bewegung aus der Gesellschaft aufnehmen, für sich nutzen, man kann sagen missbrauchen und dann auf einmal mächtig und politisch wirksam werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn beispielsweise Frau Le Pen französische Präsidentin werden sollte, dann würde sie die Wirtschaft schon sehr hart dirigistisch anfassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Diskussion. Applaudissements 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 Untertitelung des ZDF, 2020